Sie lächeln nur mitleidig, wenn ich ihnen sage, wie ich bin. Sie denken, ich bin krank. Sie denken, ich bilde mir ein, Marilyn zu sein. Aber die Leute schauen mich an und rufen, Marilyn, Marilyn Monroe! Ich vermute, dann bin ich es auch. Oder bin ich es nicht? Was, wenn die Leute das merken? Was, wenn die Leute das merken?